Jetzt einfach mal. Ja, super. Die Runde geht an mich. Core Gaming VS. Let's Play, let's go. Heute mit Whole.io, entwickelt von Voodoo. Voodoo sollte jeder von euch kennen oder jedenfalls jeder, der von euch im App Store ein bisschen rumwühlt, rumschaut und sich hier solche Casual Games runterladet. Die haben da echt eine Menge Input im App Store. Und für mich das coolste Spiel von denen ist auf jeden Fall Whole.io. Es erinnert mich so ein bisschen an Agar.io, das dürften die PC-Spieler unter euch kennen. Aber nichtsdestotrotz, ich fange hier nochmal ganz von vorne an und das ist ein wirklich besonderes Video, meine Freunde. Wisst ihr warum? Ich musste es komplett neu aufnehmen. Denn jetzt gibt es hier Game Modes. Und davor gab es eben diesen Classic Mode. Und ja, man hat dagegen die Spieler gespielt, also online. Und hatte dafür nur zwei Minuten. Und das wurde wirklich kritisiert. Und jeder hat in den Bewertungen abgekackt und hat gesagt, ey Leute, zwei Minuten, das ist viel zu wenig. Ich zeige euch gleich warum. Und ja, als ich das Video dann hochladen wollte für euch, kam dann gerade ein App Store Update, wo es dann hieß, ja es gibt jetzt einen Battle Royale Modus, einen Solo Run und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, jetzt kannst du das jetzt ja nicht hochladen, das alte Ding da. Und ja, somit zeige ich euch es jetzt noch einmal. Und ich gehe hier mal auf Solo Run. Hier sind dann keine Gegner. Dann kann ich euch erstmal das Spielprinzip erklären. Also ihr seht hier in der Mitte diesen Kreis. Ich gehe jetzt mal hier auf Play. Dafür habe ich jetzt auch nur zwei Minuten, aber dann komme ich nicht in Stress. Also mit einem Swipe, rechts, links, also einfach gedrückt halten, können wir dann dieses Loch hier bewegen. Und das ist ein schwarzes Loch. Und wir versuchen jetzt Objekte einzusaugen, wie zum Beispiel die hier. Die sind klein, die passen rein. Und ihr seht, ich bekomme für jedes Objekt Punkte. So, hier klappt es noch nicht. Hier ein Mensch. Und je mehr Punkte ich sammle, desto größer werde ich. Und ihr könnt euch jetzt dann auch schon vorstellen, was das Ziel des Spiels ist, einfach zu wachsen und ziemlich groß zu werden. Bis ihr dann irgendwann Autos, Häuser und was weiß ich dann einsaugen könnt. Und das ist auch schon das Spiel. Das ist auch das Ziel des Spiels, einfach so groß wie möglich zu werden. So, und in dem Modus vor dem Update hat man hier mit bis zu sieben Spielern gespielt gleichzeitig. Und hat sich dann gegenseitig gebattelt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und am Ende gab es dann halt einfach einen Sieger, sprich der, wo am meisten Punkte gesammelt hat. Wenn ich jetzt auch größer bin als ein anderer Spieler, habe ich auch die Möglichkeit, ihn einzusaugen. Nach fünf Sekunden konnte der eingesaugte Spieler dann wieder starten. Hat natürlich eine Menge Zeit verloren und dann war es eigentlich auch schon gelaufen. Ich meine, wie gesagt, zwei Minuten. Wir können jetzt hier auch noch Häuser, wenn wir groß genug sind, einsammeln. Und das macht so süchtig. Dieses Spiel ist wirklich der Hammer. Ich kann es gar nicht erklären. Es ist echt der Wahnsinn. Und wenn du dann noch mit anderen Spielern gleichzeitig auf dem Server dann drauf bist, dann kriegt man echt Schweißausbrüche. So, die Entwickler haben auf die Spieler gehört. Erstmal ein großes Plus an Voodoo. Und die haben jetzt einen Battle-Royale-Modus eingeführt. Also das heißt, die Spieler wollten einfach kein Zeitlimit haben und einfach nur derjenige, der als letztes übrig bleibt. Und ich meine, diese Battle-Royale-Geschichte ist jetzt sehr im Kommen. Also sprich PUBG und Fortnite etc. etc. Aber dieses Agar.io ist so ähnlich. Aber das Besondere an dem Battle-Royale-Modus ist, hier ist Werbung, nicht erschrecken. Ich blende die aus. Also euer Browser funktioniert noch oder eure YouTube-App. Und genau, wenn man dann gefressen wird im Battle-Royale-Modus, ist das Spiel zu Ende. Also be the last one. Und ich zeige euch jetzt, warum ich dieses Spiel so feiere. Und ich zeige euch, warum das so fucking süchtig macht. Also los geht's. Ich hoffe, dass ich nicht gleich am Anfang verkacke. So, los geht's. Also jeder geht hier auf die Suche. Na, ich sehe schon. Das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. So wird das nichts. Es kommt halt dann auch immer drauf an, wohin geht man. Am besten findet man so einen Park. Da findet man immer gleich, oder da kann man ganz viele Punkte abkassieren. Aber ich sehe schon, ich bin hier nah am Wasser. Und die Parks, die sind dann meistens weiter in der Stadt drin. Also es sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus, meine Freunde. Das sieht sogar richtig scheiße aus. Das wird nichts. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Okay. Ich hoffe jetzt nur, dass kein anderer Spieler kommt, um mich zu fressen. Oh Leute, das sieht echt schlecht aus. Und da habe ich auch schon verloren. Hier wieder Werbung, nicht erschrecken. Ich mache gerade noch mal eine Runde. Also ich möchte euch auf jeden Fall zeigen, wie man hier abgehen kann. Also wir suchen uns einen neuen Server. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, aber schaut mal, das ist gut, wo ich hier bin. Ja, 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 ja. Einsammeln, einsammeln. Ich bin der Erste, ich bin der Erste. Kommt schon, kommt schon. Jawohl, hier kann ich richtig schön absahnen. Das ist super. Aber ich brauche so einen scheiß Park, Leute. Glaubt mir, das ist echt das Beste. Aber gut, jetzt sammeln wir hier ein paar Autos. Ja, da ist ein Park. Oh nein, ja, ja, komm, ich fresse euch alle. Ja, sehr schön, das ist immer gut. Ich bin der Erste. Also das heißt, ich brauche mich vor niemandem fürchten. Jawohl, sehr schön. Komm, den fresse ich auch noch. Ja, super, okay, das sieht jetzt schon mal echt gut aus. Kann ich auch schon Häuser? Jawohl. Okay, ich muss jetzt einfach schauen, dass ich Erster bleibe. Und glaubt mir, Leute, das Spiel ist richtig cool gemacht. Es läuft sehr flüssig. Die Steuerung ist sehr gut. Man hat hier sofort... Ja, der Park baut sich sogar wieder auf. Dann bleibe ich doch hier gerade. Die Steuerung hat echt ein sehr, sehr gutes Feedback. Also da mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen. Ich könnte mich jetzt eigentlich mal auf die Suche nach den anderen Spielern machen. Weil ich sehe gerade, ich bin Level 12. Und die sind gerade mal hier Level 6 und so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Sehr schön. Ich glaube, ich riskiere es jetzt einfach mal. Ja, super. Die Runde geht an mich. Die Runde geht an mich, meine Freunde. Sehr schön. Ich möchte das Video jetzt auch nicht unnötig lange machen. Und schon wieder Werbung. Ich bin sogar am Überlegen. Also jetzt, nachdem dieser Mode auf jeden Fall freigeschalten ist, werde ich hier rechts oben auf No Ads gehen. Es kostet dann, glaube ich, 3,50 Euro oder so. Dass man dann halt einfach die blöde Werbung weg macht. Weil es gerade so Spaß gemacht hat. Einfach nochmal eine Runde. Ja, leider hat das Spiel halt auch keinen Ton. Das nervt ein bisschen. Also mich nervt es auf jeden Fall wie die Sau. Also so ein paar Geräusche sind immer nicht schlecht. Oder halt so ein paar Sound Effects und so weiter. Also auf der Suche nach dem Park. Aber das sieht nicht gut aus. Oh doch, das sieht sehr schön aus. Ah, wunderbar. Ah, geil. Okay. Ja gut, es sieht jetzt auf den ersten Blick einfach aus. Aber ich habe das Spiel halt echt auch gesuchtet. Also ich weiß jetzt so langsam, wie der Flow ist. Ich meine, das ist wie mit jedem Spiel. Wenn man da einmal drin ist, dann weiß man gleich, wie es weitergeht. Jawohl, den habe ich auch noch gefressen. Super, sind nur noch drei Spieler übrig. Ich könnte mich mal in die Nähe von denen wagen. Oh mein Gott, wie ich hier einsammle. Ich raste ja komplett aus. Wo sind denn die? Da rechts unten sehe ich doch was. Ah, da sind sogar beide. So meine Freunde, das sieht doch sehr gut aus. Ah, das war jetzt viel zu leicht. Naja. Okay. Nichtsdestotrotz, mega cooles Spiel. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Wieder Werbung. Und kann es euch wirklich nur ans Herz legen, meine Freunde. Kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Es macht wirklich sau viel Spaß und ist immer gut geeignet, wenn man mal auf dem Scheißhaus ist oder einfach mal beim Fernsehen nebenher ein bisschen zocken möchte oder kurz vorm Schlafen gehen. Wie auch immer, wie auch immer ihr das macht. Whole.io von Voodoo. So, das war es von mir. Mein Name ist CoreGamingVS. Let's play, let's go. Ich glaube, ich riskiere es jetzt einfach mal. Ja, super. Die Runde geht an mich.